Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier einen Ladewagen vorstellen der besonderen Art. Das ist der PTS. Der kostet 4.500 Euro. 10 Meter ist die Arbeitsbreite. 25.000 Liter Ladevolumen hat er. 60 PS benötigte ich dann Leistung. Entsprechend 44 kW. 20 Euro Unterhalt kostet dich am Tag. 13 km ist die Arbeitsgeschwindigkeit. Du kannst hier Gras, Häckselgut und Silage damit transportieren und Heu, Gras und Stroh kannst du laden mit der Ladefunktion. Hier habe ich das Gerät schon mal ausgeklappt. Also nach oben geklappt, weil ich das schon mal getestet habe. Jetzt drücken wir mal wieder mal das I, das mal runterklappen. Seht man hier, wie schön das funktioniert. Dann natürlich lassen wir jetzt mal die Blinker. Ja, die Blinker funktionieren. Bremslicht geht auch. Das normale Licht geht auch. Also ich schalte jetzt mal hier. Habe jetzt mal ein Pickup gesenkt. Da kommen hier die Gabel mal raus, wie man hier so sieht. Texturmäßig sieht da auch sehr schön aus. Die Lok ist sauber. Jetzt habe ich mal eingeschalten. Und wie man sieht, hier der Haufen hier, der wird weniger. Der Hänger wird voll. So, jetzt ist er jetzt voll, der Hänger mit 25.000 Liter. Und jetzt zerdrückt man. Also Reifenstaub und Spun legt da auch auf alle Fälle. Und hier mit I lade ich mal ab, wie man sieht hier. Der Haufen. Also das passt ganz gut so. Ja, wenn dir das Video gefallen hat hier, dann schaust du da rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit zeige ich Servus. Grüß euch. Euer Franz.